Ihr seid in Tokio und habt nur zwei Tage Zeit. Wir zeigen euch, wie ihr in kürzester Zeit den besten Eindruck von dieser krassen Metropole bekommt. Hier kommt Tokio im Schnelldurchlauf. Wir starten auf der berühmten Shibuya-Kreuzung. Hier lässt sich auf einen Blick zumindest erahnen, wie viele Menschen es in Tokio tatsächlich gibt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Shibuya-Kreuzung von oben zu sehen. Wir haben uns für eine Rooftop-Bar im Magnet-Building entschieden. Kostet zwar ein bisschen Eintritt, ist aber ein Getränk dabei. Und so sieht es von hier oben aus. Leute, Tokio ist echt krass. Krass voll, krass laut, krass überwältigend. Ich merke so richtig, wie ich so aufgewühlt bin und fast schon nervös, weil man hier so reizüberflutet ist. Da tut ein Bierchen echt gut. Am coolsten sehen die Straßen natürlich bei Nacht aus, wenn die ganzen Lichter blinken. Was ihr tagsüber aber auf jeden Fall machen könnt, ist einmal durch die Cat Street zu laufen. Hier gibt es viele kleine Brands, kleine Läden. Richtig gut zum Shoppen. Ihr werdet in Tokio nicht das eine Stadtzentrum finden. Stattdessen werdet ihr euch zwischen den einzelnen Vierteln hin und her bewegen. Das macht ihr am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Dazu empfehlen wir euch eine IC-Card. Die gibt es von PASMO oder von SUICA. Könnt ihr ganz einfach in eurem Apple Wallet einrichten und dann ganz bequem mit dem Handy bezahlen. Wir schauen uns jetzt eine der meistgehyptesten Attraktionen hier in Tokio an. Das Team Lab Planets. Was genau uns erwartet, wissen wir selbst noch nicht so genau. Aber ihr seht es jetzt. Oh mein Gott, war das eine krasse Erfahrung. War wirklich richtig, richtig schön. Mega geil. Man fühlt sich wirklich wie auf einem anderen Planeten. Mit einem bisschen Käsefußgeruch. Das Ganze ist nämlich barfuß. Und wichtiger Tipp, keinen Rock bzw. Kleid anziehen. Der Boden ist verspiegelt und dir kann jeder bis nach Hulululu schauen. Also auf jeden Fall dicke Empfehlung. Müsst ihr machen, wenn ihr hier seid. Unbedingt. War wirklich richtig, richtig gut. So, Tag Nummer 2. Wir sind auf dem Weg zum Tokio Tower. Der darf in Tokio natürlich auf gar keinen Fall fehlen. Leute, das ist gerade so ein krasses Gefühl. Seitdem ich als Kind das erste Mal Sailor Moon gesehen habe, wünsche ich mir, vor diesem Tower zu stehen. Und jetzt bin ich einfach hier. Es ist so krass. Es ist so schön. Es ist mega beeindruckend, Tokio von oben zu sehen. Bei guter Sicht würde man an dieser Stelle hier den Mount Fuji sehen. Ja, man sieht ihn so ansatzweise. Den Fuß vom Berg kann man erkennen. Aber ja, leider ist es heute ein bisschen zu bewölkt. Aber es ist trotzdem schön. Richtig schön. Wir sind jetzt hier auf dem Main Deck vom Tokio Tower. Der Eintritt war beim Ticket vom Team Labs dabei. Wenn man ganz hoch will, zahlt man nochmal ein bisschen extra. Wir wissen jetzt nicht genau, wie viel extra. Aber das finden wir noch raus. Wir sind jetzt in Shimokitazawa. Das ist so ein bisschen ein ruhigerer Stadtteil in Tokio. Hier ist alles ein bisschen mehr alternativ. Es sind Hipsterleute unterwegs. Alle sehen ein bisschen crazy aus. Hier gibt es ganz viele Secondhand-Shops. Und es ist so ein bisschen das Künstlerviertel. Richtig cool, wie anders die Leute hier aussehen. Jeder zieht an, worauf er Bock hat. Die Leute haben bunte Haare, Piercings. Das zeigt nochmal eine ganz andere Seite von Tokio und den Japanern. Das ist richtig, richtig cool zu sehen. Nächster Punkt, Essen. Ganz, ganz wichtig. Wir haben uns vorgenommen, ein paar Gerichte auf jeden Fall zu essen. Gestern hatten wir schon Omurice. Es war super, super lecker. Und jetzt gibt es Sushi. Der Sushi-Laden, den wir entdeckt haben, ist mega cool. Man bestellt ganz easy am iPad. Und dann kommt über ein Fließband dein Sushi angefahren. Das ist ein riesiger Laden. Es gibt viele Plätze. Wir haben zwar kurz warten müssen, aber sind dann sofort gesittelt worden. Okay. Und was auf der Essence natürlich auch nicht fehlen darf, sind Rahmen. Und am besten geht ihr dafür in so ein typisches kleines Restaurant. Denn da schmeckt es meistens am besten. Und wenn euch das Video bis hierher gefallen hat, dann würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Das Beste haben wir uns bis zum Schluss aufgehoben. Wir sind in dem Vergnügungsviertel Tokios, im Stadtteil Shinjuku. Hier spielt sich das Tokio ab, was man sich vorstellt. Alles ist bunt, grell, laut und völlig verrückt. So Leute, zwei Tage Tokio im Schnelldurchlauf sind geschafft. Wir sind komplett erledigt. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.